Für das Gesuchte gibt es gleich drei Erklärungen im Ruhrgebiet. Ist praktisch ein Teekesselchen. Weißkohl kennt jeder, essen auch die meisten gerne, am liebsten durcheinander mit gehacktes Pellchen. Aber wir im Ruhrgebiet sagen da nicht Weißkohl zu, wir sagen was anderes. Das heißt aber auch Unsinn. Wenn einer Blödsinn quatscht, dann sagen wir, red doch nicht so ein... Oder drittens, man stößt sich den Kopf. Dann sagt man, boah, ich hab mir den Dinges gestoßen. Und jetzt kommt das Verrückte, in Duisburg-Hamborn, aber nur in Duisburg-Hamborn und nirgendwo anders interessanterweise, gibt es dieses Wort auch noch als Bezeichnung für den Kaplan. Dann wären wir sogar bei vier Möglichkeiten. Die Lösung ist Kappes.